Das hier ist jetzt das Lernprogramm. Das kriegen wir glaube ich nur, wenn wir noch nie gedrückt haben, was auch nicht schlecht ist. Machen wir das einfach mal. Im Hintergrund ist im Moment noch die Glocke, aber die wird gleich aufhören. Willkommen, du bist dein Planeswalker und zählst zur Elite, der Zauberkundigen des Multiversums. Gegner bei Duellen, gegen furchterregende Gegner. Lebenspunkt 20. Bibliothek, unser Deck. Es sind genau 60 Karten versucht man immer zu hinzukriegen. Zu Beginn zieht man 7 Handkarten. Man könnte sie jetzt wieder reinmischen. Kann sie hier vergrößern. Ist eine ziemlich schlechte Hand eigentlich. Würde ich so nicht halten. Man kann sie wieder reinmischen und nur 6 ziehen. Das hier wird wie gesagt wieder Part 0. Wird wahrscheinlich ein bisschen länger gehen dann. Erster Zug Gegner. Gegner hat zuerst angefangen, hat ein Land gespielt. Spielt einen ausgeflippten Goblin, der jeder ohne angreifen muss. Darf aber noch nicht in dem Zug angreifen, in der er gespielt wird. Das Ding kostet, wie man hier oben jetzt schön sehen kann. Ein rotes Mana, hat 1,1. Das bedeutet ein Angriffsschaden, ein Lebenspunkt. Am Ende des Zuges werden die Lebenspunkte wieder resettet. Ich weiß nicht, was nachher noch erklärt wird in dem Tutorial hier. Mal gucken. Hier sieht man die einzelnen Züge, die einzelnen Dinger, die ihm durchgeht. Und dann spielen. Ich kann X spielen und so weiter. Ja, pannet automatisch für mich. Perfekt. Ist halt der Nachfolger von 2012 und 2013. Ich auch beide schon Let's Played habe, die auch beide mal im Kanal sind. Ein Damage. Die Kreatur wird dafür getappt, um mich anzugreifen. Hier sieht man schön, was es angreift. Ich könnte jetzt Kreaturen dagegen schmeißen. Einen Angstpunkt. Ich verliere einen Lebenspunkt. Ich kann nicht blocken, weil ich keine Kreaturen habe. Also kriege ich einen Duage. Weiteres Land. Jetzt kann ich was spielen, und zwar diesen Bär. Ja, ich muss ihn vergrößern. Er ist 2-2. Kostet zwei Mana. Hat keinen Effekt, außer den Kuhlen. Er mag keinen Honig, sondern lieber das Blut, das in deinen Adern fließt. Man kann jetzt hier auf Karte spielen, oder man klickt die Karte wirklich auf nur an. Wir können noch nicht angreifen, weil... Gerade er ist beschworen, hat keine Eile. Das bedeutet, der Gegner ist dran. Er spielt sein drittes Land. Greift an, weil er angreifen muss. Ich kann jetzt den so dagegen werfen. So. Um ihn zu blocken. 1-1 gegen 2-2. Mein Runenbär geht auf 2-1 runter. Und der kriegt 2 Damage und ist damit kaputt. Am Ende des Zuges geht er wieder auf 2-2. Es sei denn, er spielt jetzt einen Zauber, der irgendwie einen Schaden schießt oder so. Nein, tut er nicht. Oh ja. Damit ist er wieder 2-2. Hinweisen, indem man H drückt. Wow. Ein Land. Spielen wir mal die 3-3er. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Aber wir können ihn jetzt angreifen. Ist alles schon gehabt. Alles, wie gesagt, ich hab, äh... Vorgas 2012 oder 2013 auch schon Let's Played. Könnt ihr ja mal den Playlist schauen. Wenn euch das interessiert. Dabei hab ich auch das Tutorial aus... 3-3. Greifen ihm zugange. Ähm... Da hab ich auch das Tutorial schon wesentlich besser gemacht. Also ausführlicher. Und... So, ich kann jetzt auch hier... 2-2 Zauber spielen. Sobald der hier Resolved ist. Also sobald der fertig ist, kann ich 2-2 Zauber spielen. Solange wie ich Mana hab, darf ich auch Zauber spielen. Ich kann mit einer beliebigen Anzahl an Kreaturen angreifen. Ich mag aber nur mit einer angreifen. Weil dieser könnte er einfach tot blocken. Ja. Oder er blockt die tot. Ist auch okay. 3-3 gegen 3-3. Logischerweise. Ist ein Unentschieden. Beide stören. Bäh. Beide zerstören sich gegenseitig. Bäh. Finde ich aber schade. In 2012 und 2013 gab's noch hier so richtig geile Töne dabei. Wurde die erst noch richtig geil erklärt. Ich kann nicht spielen. Also würde ich sagen, greifen wir mal mit allem an. Mit allem in die Fresse. Das sind 7 Damage. Das tut gut weh. Okay. Ja. 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 Die Animation ist so langsam. Ansonsten gibt's auch Zauber. Bisher haben wir nur Kreaturen kennengelernt. 5. Der kostet 7 Euro. Ja. 4-4. Das ist ziemlich ätzend. Was wichtig auch noch zu wissen ist, ist, dass man kann mit einer Kreatur... ...muss der auch hier drinnen angreifen. Ne. So. Ich greife jetzt nicht an. Er könnte sonst... äh... das Ding einfach zerstören. ...eine Kreaturen. Es wundert mich aber, dass er echt keinen Zauber spielt. Oh. Das war eine 4-4 fliegende Eile. Das tut weh. Er greift aber überhaupt nicht an. Das ist natürlich... ...cool für uns. Das kann nämlich ihn spielen. 7-7. Kein Fact. War damals eine sehr starke Karte. Heutzutage ist sie eher so... ne. Schreit mit einem an. Er müsste beide dagegen schmeißen. Was er auch tut. 4 Damage erst an einem Drachen. Und dann... 2 Damage da dran. Leider geht unsere Kreatur jetzt auch mit drauf. Aber wir haben den Drachen von ihm vernichtet. Was jetzt auch nicht schlecht ist. Also er hat jetzt mit 2 Kreaturen meine eine geblockt. Schaden der dann... äh... Ich kann dann der 2. Kreatur erst Schaden zu finden, wenn ich die 1. schon zerstört habe. Ähm... Wo es ganz coole Tricks gibt. So. Er muss jetzt ihn blocken. Ansonsten ist er tot. Ja. Komm weiter. 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 Zu langsam. Zu langsam. So. Und wenn der nächste Runde jetzt keine 2 Kreaturen spielt, haben wir auch gewonnen. Ja. Tu dein Schlimmstes. Mit 9 Miner kann er nichts machen. So. Und damit das jetzt nicht allzu lange dauert, mache ich auch nur den da. Normalerweise könnte ich jetzt mit allen eingreifen. Aber, äh... würde ich jetzt auf dem normalen Spiel auch machen. Aber hier dauert mir das einfach zu lange, bis so die ganze Schadenberechnung durch ist. Und somit haben wir das erste Duel gewonnen. Die Musik ist geil. Dün, 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 dün. Ja. Dann machen wir direkt die zweite Hexe rein. Warte. Oh. Ja. Man kann auch in der zweiten Hauptphase was spielen. Also nach dem Kampf hat man noch eine Hauptphase. Hm. Die ist echt nicht gut. Hm. Naja. Was? Wir machen die ganzen Karten... Also die meisten Karten, die hier drin sind, sind nicht gut. Das ist ein Goblin und spielt schwarz. WTF? 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 Part 0 kann wieder Infinity lang sein. Ja. Das ist ein Zauberspruch, also eine Hexerei. Die kann ja nur in seinem Zug spielen. Führt einem Spieler einen Schadenspunkt zu und du erhältst einen Nimmenspunkt dazu. Die werden direkt auf den Friedhof gelegt und dann werden sie aktiviert. Anders, wie es hier dargestellt wird. Ja. Und alle. Komm. Hexereien kann er nur in seinem Zug spielen. Es gibt verschiedene Hexereien für die verschiedenen Farben. Grün hat eher so Mana-Beschleunigung, also Länder raussuchen aus dem Deck und ins Spiel bringen. Oder Kreaturen plus 3 plus 3 geben zum Beispiel. Das ist so eine sehr alte Karte. Schwarz hat viel mit... Ich muss Handkarten abwerfen. Und ähm... Fliegen mit Lifelink. 1-2-1. Okay, er spielt viel mit Lifelink. Jaja. Fliegen kann ich nur blocken mit Reichweite. Also somit... Meistens haben das Spinnen. Zumindest hier in grün. Und da haben wir zum Beispiel eine Hexerei. die aber echt nichts bringt. Was im Moment einfach daran liegt, weil er einfach eine Kreatur hat, der wir einfach blocken würde. Müsste ziemlich ätzend ist. Das Ding hat nur 1-1. Deswegen... Weiß ich jetzt nicht. Okay. Lässt es einfach durch. Ist auch in Ordnung. Weil hätte ich die jetzt gespielt, hätte es nichts gebracht, weil die nur bis zum Ende ziemlich plus 4 plus 4 gibt. Eine sehr alte, eine auch gleichzeitig sehr schlechte Karte. Weil sie ist Hexerei. Das heißt, ich muss sie in meinem Zug spielen, bevor ich angreife. Und kann sie einfach nicht instant benutzen, um jetzt zum Beispiel Deck Kreatur plus 4 plus 4 zu geben, dass sie das Ganze überlebt. Was ist einfach nur ziemlich ätzend ist. Wenn er jetzt angreift... Jawohl. Timer anhalten. Bringt mir nichts, weil... Hexerei. Wie gesagt, Hexereien sind nicht gut. Hexereien haben einfach diesen riesen Nachteil, dass man sie nur in seinem... dem eigenen Zug spielen darf. Und das macht sie oft sehr, sehr viel schlechter als vieles andere. 4-2 verursacht Trampelschaden. Die könnte ich natürlich geil mit der hier kombinieren. Oder ich könnte jetzt schon in Damage schießen. Jetzt schon 6 Damage, oder erst Trampelschaden? Ich spiele erst den Trampelschaden. Home Angelf, sage ich. Trampelschaden bedeutet, wenn die Gegner Kreatur blockt, mache ich trotzdem Schaden über ihre Verteidigung hinaus. Das ist ziemlich cool, ziemlich stark. Ja, das ist zum Beispiel ein 2-2er, ohne Effekt. Und wenn ich mit dem jetzt angreifen würde, so jetzt, das stinkt normal, würde das Ding ihm zwei Schaden zufügen, das Ding würde ihm zwei Schaden zufügen und zwei an ihm. Das ist ziemlich stark, wenn ihr mich fragt. Ich kann das nicht. Danke. So, er spielt jetzt, glaube ich, nur Hexereien, wirklich in dem Deck drin. Ähm, hab, hab, hab. Also entweder nimmt er jetzt hier 8 oder 6, das ist seine freie Entscheidung. Und dementsprechend, also ich würde jetzt in diesem Fall zum Beispiel überhaupt nicht blocken. Er auch nicht, wunderbar. Ja, das sind 8 Damage. Das hat nochmal richtig gut wir getan. Er hat jetzt 6 Mane zusammen, wie ich ihn kenne, spielt er jetzt Corrupt? Ne. Zwei Sechser. Das ist wiederum ziemlich unfair. Dann hätte ich die letzte Runde spielen sollen. Äh, jetzt kann ich mit ihm ja mich nicht wirklich angreifen. Ja, ich hab den Damage gesehen. Ich muss unbedingt die Animationen hier verschnellern oder ausstellen oder sonst was. Ja, das ist jetzt dämlich. Ich bin, glaube ich, Einzug zu langsam für das Spiel, weil ich Einzug ausgesetzt habe, den zu spielen. Diesen Plus-Plusser. Kann ich überspringen. Ist aber nicht schlimm, wir können uns noch ein paar Lebenspunkte holen, deswegen passt das alles schon ganz gut. Oh Gott. Damit zündet er jetzt einen 4-2er. Ah, unfair. Ich könnte jetzt gleich sein Feld clearen. Oder ich warte einfach und behalte den und greife jede Runde weiter mit ihm an. Das ist cool. Kommen wir erstmal hier. Diese Kreatur kämpft diese Kreatur. Dann holen wir uns mal hier 6 Lebenspunkte. Und schauen mal, ob er eine Kreatur gegen unseren 2-2-Bären tradet. Was schon recht awesome wäre. Jawohl. Jawohl. Also das Spielprinzip ist sehr, sehr einfach für den Anfang. Nachher, wenn man wirklich auf Turniere geht und so weiter, kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, es ist wesentlich anstrengender. Vor allem war, da hat man auch die sogenannten Judge, also die Schiedsrichter. Und diese Schiedsrichter haben eine spezielle Ausbildung durchlaufen. Ich könnte ihn jetzt auf einen Lebenspunkt runterbringen. Muss sie von allen geblockt werden oder von einer? Geblockt werden. Sie muss geblockt werden, falls möglich. Also muss sie nur von einer Kreatur geblockt werden. Das ist ziemlich doof, aber er muss mindestens mit 2 Kreaturen blocken, um das zu überleben. Weiter. Greifen wir erstmal an. Schauen, was er hat. Lol. Ah, okay. Wollte schon sagen. Ich hätte jetzt noch 2 runterbringen können, nämlich den Zauber hätte vorher gespielt. Aber ich muss ehrlich sagen, das möchte ich mir bitte wahren. Ja, genau für sowas. Mal jetzt, das Spiel vorbei. Ich weiß nicht, was das Spiel sonst noch vorhatte. Diese Kreatur fightet diese Kreatur. Das bedeutet, die beiden kämpfen und fügen sich übrigens gegenseitig Schaden zu. Ich weiß nicht, ob ich die Karte erklärt habe. Das kann mir öfter passieren, dass ich Karten einfach nicht erkläre. Weil ich davon ausgehe, dass zum Teil die Leute die Karten kennen. Ich versuche das zu vermeiden. Verzauberungen sind Zauber, die kann man auch in seiner Runde spielen. Halten aber, uh, wir durften anfangen. Halten aber insgesamt für immer. Also, bis die, zum Beispiel, wenn sie eine Kreatur verzaubern, halten sie so lange, wie diese Kreatur am Feld ist. Oder die Verzauberung am Feld ist. Es kann natürlich auch sein, dass sie zerstört wird, die Verzauberung. Wenn jetzt zum Beispiel eine normale Verzauberung rumliegt, die ist nicht an Kreaturen gebunden oder an Länder gebunden oder an irgendwas gebunden. Das ist zum Beispiel eine Aura hier. Das heißt, die kann man nur auf Kreaturen machen. Die Kreatur kriegt plus 3, plus 3. Das ist eigentlich eine ziemlich schlechte Verzauberung. Aber okay. Wie gesagt, hier ist im Moment alles schlecht. Das sind Karten, die würde ich im Lebtag nicht spielen. Außer diesen 2-Männer-3-3er, den wir in der ersten Runde gespielt haben. Der ist ziemlich gut. Aber bisher ist das hier alles ziemlicher Müll. Kreaturen mit Erstschlag fügen zu Erstkampfschaden zu. Das bedeutet, diese Kreatur würde, diese Kreatur würde unserem Bären erst zwei Schaden zufügen. Wenn unser Bär das nicht überlebt, dann fügt unser Bär ihm, äh, dann fügt unser Bär ihm kein Schaden mehr zu. Das bedeutet, hier beide, hierbei, 2-1 gegen 2-2 möchte man, nein. Okay, das wird unentschieden und gut ist. Nein. Hierbei überlebt er. Was halt ziemlich unfair ist, wenn er nicht freut. Aber okay. Wir zaubern unsere Kreatur. Und greifen jetzt mit einem 5-5er an. Weil da, egal wie viel Erstschlag der hat, solange er nicht eine 5 vorne stehen hat oder höher, kann er dagegen nichts tun. BABÄM! Ein paar Verzauberungen könnte in Weiß jetzt einen... Ach, okay, glorreiche Hymne. Sehr schöne Version einer glorreichen Hymne, muss ich sagen. Ähm, das ist zum Beispiel keine Aura, die wird nicht an Kreaturen gelegt. Das, was ich gerade eben gesagt habe. Und, boah, die sieht echt hammer nice aus. Es gibt halt allen Kreaturen, die er kontrolliert, plus 1, plus 1. Das heißt, es sind jetzt 3-2 und 2-2. Ähm. Was auch ziemlich weh tut. Muss ich ehrlich gestehen. Aber genau so muss er sich gefüllt haben, als ich ihm gerade eben 5 Damage reingefüllt habe. Und wir haben noch einiges an Lebenvorsprung im Weg zu ihm. Zudem haben wir jetzt noch hier eine 2-4er. Mit dem wir seinen 2-2er da unten vom Himmel holen können. Was wir auch machen könnten, wäre diese Kreatur zerstören. Wofür ich eher bin, muss ich ehrlich sagen. Weil ich bin ein sehr, persönlich, ein sehr, sehr großer Fan von Erstschlag. Nur nicht, wenn der Gegner es hat. Es gibt auch noch die Fähigkeit, die erinnert sich. Doppelschlag, diese Kreatur greift dann zuerst und normal an. Was halt den doppelten Schaden verursacht. Und es ist ziemlich stark. Es ist ziemlich stark. So, wir könnten jetzt entweder unsere Spinne aufpumpen. Und mit der Spinne angreifen. Oder er tradet beide in die eine Kreatur da hinten rein. Und dementsprechend muss ich sagen, ist es mir total egal. Er muss mindestens eine blocken. Er wird wahrscheinlich den Bären blocken mit beiden. Nö. Okay, noch dämlicher. Wow. Da sieht man es jetzt ganz schön. Erst haben wir den Damage gekriegt, dann er. Und dann werden wir jetzt hier einen schönen normalen Kampf sehen. Wo beide gleichzeitig sich den Damage zufügen. Bam. So, er ist jetzt dran. Er hat vier Handkarten. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Oh Gott. Tag der Abrechnung. Zerstöre alle Kreaturen. Alter, was schmeißen die uns hier im Tutorial um die Ohren? Krass. Das ist zum Beispiel eine Karte, die spielt man auch wirklich. Ja, Wild Pair. Das ist wiederum eine Verzauberung, die legt man einfach hin. Und immer wenn wir eine Kreatur spielen, können wir aus unserem Deck eine Kreatur mit derselben Angriffs- und Widerstandskraft addiert zusammenholen. Aus dem Deck rausholen. Und ich glaube ebenfalls ins Spiel bringen. Ziemlich starke Karte. Der ist cool. Den habe ich früher gespielt. Der ist voll cool. Wir haben 202 zu fliegen, hat sonst nichts. Das ist 3-3 jetzt. Uh, okay. Das ist natürlich hier schon eine ganz andere Hausnummer mit 3-3. Yay. Nen Land. Yay. Ich kriege mal Lebenspunkte. Yay. Wir spielen Top Deck. Top Deck bedeutet, wir spielen einfach immer nur die oberste Karte von unserem Deck, die wir haben. Weil es gibt glaube ich keine Karte hier drin, die über sieben Miner kostet. Und wir ziehen einfach nur spielen. Ziehen, spielen, ziehen, spielen. Das nennt man Top Deck. Da werden auch keine tricky Karten, also keine spontanen Zauber. Oder ich werde sie sehr oft Instance nennen. Weil Instant ist der englische Name dafür. Da wir keinen Sportanzauber so noch nicht im Deck haben, ist es relativ egal. Komm schon. Gib mir doch mal eine Kreatur. Dankeschön. Jetzt ticker das Teil. Und bitte sag mir, wir haben noch eine 7-7 da drin. Der bringt mir nicht viel, aber der. Ja. Grüne Kraft. 7-7. Zu Beginn jedes Versorgungsegments, also des Gegners und unserem, bekommen wir ein 1-1 Subrolling. Das heißt, Gegner ist dran, wir kriegen einen, wir sind dran, kriegen einen. Gegner ist dran, wir kriegen einen, wir sind dran, kriegen einen. Das ist ziemlich cool. Aber was ich hier sehr lustig finde, ist, dass es dafür, dass es Tutorial ist, ist es halt wirklich. So, spiel mal den. Ich kann noch was mit 3-3. 4-4. Oder 4-4 oder zum Beispiel auch 6-2 oder... Der bietet uns hier nur 4-4 an. Und wir dürfen sogar noch eine Karte bei der ganzen Aktion ziehen. Ja. Und noch ein Landspiel. So, beat, beat. Und mit dem Subrolling auch angreifen. Wupp, wupp. Im Schildesfall macht der Subrolling einen Damage. Ja, sag ich doch. Und? Oh, dass die, dass die Kampfanimationen so lange gehen, das ist schrecklich. Ich mag das bitte umstellen. Ich möchte bitte jetzt in das Menü reingehen und das umstellen. Genau wie ich umstellen möchte, dass ich noch nie Magic gespielt habe. Also, ich spiele 3-4 Mal die Woche Magic. Also, das ist, das wäre das Gelogenste überhaupt. Wir kriegen übrigens haufenweise Subrollen. Was ich ziemlich cool finde. Und jetzt müsste es doch jetzt hier in dem 9, genau. In dem 9 gibt es nämlich diese Taste mit allen angreifen. Das finde ich ziemlich cool. Die gab es vorher in 2012 und 2013 nicht. Aber ich mache das jetzt einfach mal, um zu zeigen, warum ich das normalerweise nicht tue. Weil, ähm, zumindest in dem Spiel nicht. Weil jetzt, haben wir theoretisch gewonnen. Praktisch macht er jetzt jeden Angriff weiter. Jeden Angriff weiter. Das ist echt ätzend. Weil die Angriffsinformationen haben zu lange gehen. Aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht, um euch zu zeigen, warum ich das gerade eben zum Beispiel nicht gemacht habe, mit so vielen Kreaturen anzugreifen. Weil das dauert einfach in diesem Spiel wie Hölle. Das werdet ihr von mir nicht oft sehen, dass ich das am Ende nochmal mache. Das ist am Ende so. Das ist, ähm, nee. Das muss einfach nicht sein. Das ist einfach langweilig und ätzend. Wir haben jetzt zwar auf Minus 16 geprügelt. Uhuhu. Können wir uns was drauf einbilden. Bugi, bugi, bugi. Ähm, aber es macht halt keinen Unterschied. Spontanzauber und der Timer. Jetzt wird's lustig. Denn Spontanzauber können wir theoretisch zu jedem... Ich möchte gerne einen Mulligan nehmen. Manu, 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 man. Ich habe mir nicht mehr die Möglichkeit, einen Mulligan zu nehmen. Ähm, denn theoretisch kann ich jetzt hier immer auf den Timer anhalten. Zauber spielen. Selbst im Gegnerzug. Ähm, das ist das, was Magic so tricky macht. Es gibt halt einige lustige Karten damit. Womit wir eigentlich immer grün kriegen. Da ist ein Spontanzauber. Ja. Warte. Leertaste, um den Timer anzuhalten. Das ist cool. Das ist gut zu wissen. Das macht's nämlich wesentlich einfacher. Mit wesentlich einfacher meine ich... Boah, das ist geil. Das wusste ich nämlich noch nicht. Das ging in den alten, glaub ich, auch nicht. Ähm, aber da ich das hier nicht mit Controller spielen möchte... Ist das doof. Er spielt rot. Er wird wahrscheinlich gleich irgendwas spielen. Von wegen, äh, die Kreatur kriegt drei Schaden. Das war bisher immer so. Weiter. 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 Ähm, die verzauberte Kreatur hat plus drei plus null und erstes Schlag. Äh, das heißt, die Kreatur greift zuerst an. Er wird damit angreifen. Mit der Karte hab ich übrigens mal ein Draft gewonnen. So, so. So. Jetzt kriegt unsere Kreatur in dem Gegnerzug plus drei plus drei und ist damit sechs sechs und kann den fünf Einser einfach weiter. Einfach locker, flockig wegklatschen. Erstschlag, er greift zuerst an. Ja, wissen wir. Und wir gehen auf eins. Und jetzt... unsere Bams. Ja, leider kriegt er nur ein Damage. Ähm, was vielleicht auch ganz wichtig zu erwähnen ist, Trampelschaden gilt nicht während des Blockens. Was ich sehr schade finde. Denn ich finde, Trampelschaden sollte auch während des Blockens gelten. Ja, jetzt werden wir, glaube ich, wieder allein gelassen. 4-2 Trampel. Kennt man bereits. Zum Angriff, sage ich. Ich finde aber, im Tutorial sollte man... Ich weiß nicht. Das ist von den Entwicklern von Magic, finde ich persönlich, ganz cool gemacht. Von der Idee her. Dass man immer dasselbe Deck spielt, was sich langsam und sicher immer weiter aufbaut. Auf der anderen Seite finde ich es auch irgendwie schade, dass man... Man sieht bei dem Gegner so andere Farben und was man so alles machen kann. Ja, drei Schaden an der Kreatur. Wahrscheinlich an der 4-2, ja. Wusste ich es doch. Ich könnte jetzt, wenn ich das Ding hätte, der Kreatur plus drei plus drei geben. Hab ich nicht. Was bist du? Wow. Das ist cool. Die hätte ich eine Runde vorher gebraucht. Main Phase ist rum. Angriff. Nein, 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 nein. Mit allen angreifen. Danke. Das ist cool mit dem Knopf. Mit allen angreifen. Und das ist jetzt ein Spontanzauber, der eine Kreatur bis zum Ende so zerstörbar macht. Ziemlich cooler Zauber, muss ich ehrlich sagen. Haben wir im Draft auch gehabt. War ganz lustig. Weiter. Und joa. Was Draft ist, kann ich euch endlich in diesem Ding noch nicht zeigen. Ich kann euch aber zeigen, was Sealed Deck ist. So, und jetzt haben wir zwei spontan zubereinander gespielt. Ich gebe meine Kreatur jetzt erst in Zerstörbarkeit, weil ich meinen Zauber zuletzt gespielt habe. Das heißt, die Zauber werden einfach übereinander gelegt und dann wird von oben nach unten abgearbeitet. Das ist auch immer ganz wichtig zu wissen. Das ist der sogenannte Stack. Oder auch Stapel genannt. Also es kommt auf den Stapel. Darum gab es schon so endlose viele Diskussionen bei uns. Ach ja, schrecklich. Einmal nur schrecklich. Aber okay, was soll man da machen? Ähm, was ist das? Erstschlag 3-2. Bäh. Wenn wir jetzt nicht unsere plus 6, äh, plus 3, plus 3 Karte haben, kann er ihn hier einfach rausnehmen. Was ich ziemlich schade finde. Ne, kriegen wir nicht. Das heißt, wir greifen nur mit ihm an. Wir sind übrigens wieder eine leere Hand. Wir spielen wieder Top Deck. Greifen wir jetzt nur mit ihm an. Weil ihn könnte er durch das Erstschlag ganz einfach zerstören und hätte immer noch eine Kreatur. Und das will ich nicht. Ja, 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 ja. Ist, ist okay. Hallo. Alter, das dauert so lange. Das ist echt ätzend. Das muss ich irgendwie umstellen. Weil das dauert echt zu lange, um hier jetzt zum Beispiel einfach mal runter zu zählen. Das ist einfach nur ätzend. Anders als bei Duels of the Planes Podcast 2012 und 2013 könnte es jetzt sein, dass ihr mitgekriegt habt, wenn ihr die Let's Plays geguckt habt. Oder wenn ihr die nachher guckt. Da steht hier unten noch Mark. Das ist mein Real-Life-Name. Und, ähm, wow, ich bin so stolz auf dich. Und mein Real-Life-Name, ähm, den habe ich auf meinem anderen ehemaligen... Den, den, den habe ich auf meinem ehemaligen Steam-Account, wo ich eben noch die, diese beiden Spiele drauf habe. Und noch zwei, drei andere, die ihr vielleicht demnächst mal sehen werdet. Ähm, habe ich damals, habe ich mir einen neuen Steam-Account gemacht. Weil, ich weiß gar nicht mehr warum. Ach ja, weil ich auf den nicht mehr zugreifen kann, äh, was Spiele kaufen und so weiter angeht. Ähm, da habe ich irgendwas, ähm... Aua, ist das aber laut. Da habe ich irgendwas verrasselt. Ist das eigentlich die ganze Zeit so laut, oder... Also im Sinne von, ob man mich überhaupt versteht. Das weiß ich jetzt wiederum gar nicht, fällt mir gerade ein. Ich habe nämlich keine Probeaufnahme gemacht. Das heißt, wenn das so toll verkackt ist... Es tut mir leid. Dann geht doch mal bitte hin und, äh, guckt. Bye, bye, bye. Ab dem ersten Part. Dann werde ich Star behoben haben. Und das Spiel dürfte jetzt gelaufen sein. So, wir können jetzt für X eine beliebige Anzahl einsetzen, bis wir keinen Mana mehr haben. Und können jetzt ihn... Weil er hat ihn geblockt. Damit können wir ihm jetzt so viel Angriffsstärke geben, damit wir ihn vernichten können. Einmal hier drei. Und jetzt einmal hier. Zwölf. Tot. Und jetzt finde ich zum Beispiel auch so ätzend, jetzt wird der Kampf uns trotzdem noch angezeigt. Sinnlos. Weil er hat eh verloren. Es gibt nur eine einzige Kreatur, die es das Staffen bepreventet. Und es gibt ein paar Zauber, die das preventen. Aber, ähm... Solange die nicht liegt, könnte man das auch einfach... Ja, aktivierte Fähigkeiten. Das kommt jetzt. Äh, so lange... Oh, Boris Ragnar. Geile Karte. Ähm, solange diese Karten nicht liegen, finde ich, kann man diese Kämpfe zum Beispiel ausschalten. Das ist halt immer ein bisschen der Nachteil an diesem ganzen... Herrgott, äh, wie du spielst auf dem PC. Oh Gott, blau. So, es gibt Kreaturen, die haben aktivierte Fähigkeiten. Das ist keine aktivierte Fähigkeit, Leute. Das ist ein Artefakt. Ähm, Artefakte haben den großen Vorteil, sie können mit drei farblosen Mana bezahlt werden. Das bedeutet, man kann mit... Egal welchem Mana, das kann man das bezahlen. Man könnte jetzt auch in Rot spielen, was ziemlich dämlich wäre. Aber man kann dann auch in Rot spielen. Und immer wenn du einen grünen Zauberspruch wirkst oder einen Wald, wenn da deine Kontrolle ins Spiel kommt, erhältst du einen Lebenspunkt. Das ist aber eine ausgelöste Fähigkeit. Das ist keine aktivierte Fähigkeit. Deswegen finde ich das irgendwie doof, dass sie das jetzt hier mit eingebaut haben. Ähm. Yay, 0, 4. Da komme ich in den Strand vorbei. What the fuck? Sei nicht, ich kriege jetzt plus 3, plus 3. Ne, kriege ich nicht. Spielen wir erstmal in. Damit wir uns ein paar Lebenspunkte generieren können, wenn wir jetzt demnächst alles spielen, was wir haben. Ähm, äh, Angriff überspringen. Bringt nichts. Wir laufen einfach gegen 0, 4. Er fügt uns zwar 0 zu, aber wir fügen ihm nur 2 von 4 zu. Und damit passiert Gore nicht. Was ist das? Genau, hier hat er eine aktivierte Fähigkeit. Das ist eine 3-Mana-2-3-Kreatur für ein blaues. Erhält die Kreatur plus 1, plus 1 bis zum Ende des Zuges. Ist für dieses Spielformat hier eine sehr starke Karte. Ähm. Ist aber im normalen Spiel eigentlich eine sehr schlechte Karte. Ähm. Aber er kannte ja zum Beispiel jetzt die nächste Runde, wenn er noch ein Land legt, kann er 4 Karten, 4 Mana dabei zahlen. Und dann kriegt die Kreatur so und so viel extra. Das ist eine Ausrüstung. Das ist auch ein Artefakt. Und diese hat sogar eine Fähigkeit, eine aktivierte. Und zwar können wir das für 1 bezahlen. Und das da dran equippen. Damit kriegt die Kreatur plus 2, plus 0 mit ihm. Mit Knochenbrecher. Und ähm. Das ist ziemlich cool. Zum Angriff, sage ich. Ihr könnt jetzt den dagegen werfen. Oder ihr werft den dagegen. Ihr werft einfach nur den dagegen. Gut. Damit sind wir zumindest schon mal sicher davor, dass er... Also ich hätte jetzt im normalen Spiel ihn dagegen geworfen, weil mit ihm kann ich nämlich sowas hier einfach zerstören, indem ich einfach Mana reinpumpen würde. Ähm. Deswegen war das eine ziemlich dämliche Entscheidung vom Gegner. Die überzauberte Kreatur hat Flugfähigkeit. Ja, noch besser auf dem Teil. Alte Schwede. What the fuck. Was tut es? So, was haben die hier? Ist eine Rare. Rare sieht man hier dran, dass die hier ist die, äh... Golden. 8x911 in der Karte. Was. Eine bescheuerte Karte. Die hat keinen Rare-Status verdient, in meiner Meinung. Weiter. Mit allen angreifen. So muss ich nicht mehr die einzelnen Karten rausklicken und so weiter und so fort. Jetzt könnte er blocken, das wäre aber eigentlich ziemlich dämlich. Alter, was tut es? Also das spielt... Also der Gegner spielt gerade echt seltsam. Ach ja, was soll man machen? Mhm, damit bringt er jetzt die Kreaturzug auf die Hand. Hätte er vielleicht nächste Runde spielen sollen, wenn ich die Kreatur spiele und angreife. So, man kann zum Beispiel Ausrüstungsfähigkeiten, also normalerweise kann man Fähigkeiten wie Spontanzauber spielen, Ausrüstungsfähigkeiten kann man, also genau das speziell, dieses Ausrüsten, was hier drauf steht, das hier, kann man nur wie Hexereien machen. Was ich sehr schade finde, weil ich finde Ausrüstungsfähigkeiten sehr, sehr geil. Ich kann ja eh nicht angreifen, warum willst du mir dann eine zweite Hauptphase geben? So, Plummet oder auch Absturz, zerstöre eine fliegende Kreatur in einer Wahl, Spontanzauber. Das heißt, wenn er jetzt eine Kreatur spielt, eine fliegende, tappen sie eine Karte. Die ist ziemlich cool, wenn die nicht so schweinig teuer wäre. Tappen bedeutet, anstatt anzugreifen, dreht er die einfach getappt. Also dreht er die Seite, als würde er damit angreifen, aber er kann es immer wieder tun, egal wann. Was bist du? Uh, du bist cool. Ähm, ja, 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 ja. Weiter. Ja, allen angreifen. Zum Angreifen sage ich, kann er es nur wie Hexerei? Ne, es kann er immer machen. Alles klar, das heißt, ich kann das auch im Gegnerzug machen. So, er kriegt jetzt 4 Damage, damit er den gleich aktivieren kann, um Karten zu ziehen. Was sehr, sehr unfair ist. Alles blau hat einen sehr großen Pool, was Kartenzieher angeht. Ich hätte jetzt auch noch umrüsten können, aber das ist eigentlich relativ egal. Was willst du denn? Wenn er ins Spiel kommt, eine Kreatur über den Anfang deiner Wahl. Solange wie du den Meisterdiefen kontrollierst. Boah, ist das ärtzend. Boah, ist das fies. Jetzt nimmt er mir... Boah, kommst du mir den jetzt echt weg? Okay, jetzt rüstet er den um. Greifst du jetzt echt damit an? Ach, ne. Er greift nicht an, er aktiviert die Fähigkeit. So, ich aktiviere jetzt mal hier den Effekt. So aufaktivieren, wie ich Mana habe, aber ich habe nur einmal Mana dafür. Und dementsprechend ist das alles in Ordnung. Kann ich ihn jetzt endlich spielen? Ne, immer noch nicht. Ätzend. Weiter. Allen angreifen. Ne, mit dem hier nicht. Angriff. Wenn er den jetzt irgendwie hier so blocken würde, dann würde ich den Effekt von ihm noch Plum aktivieren. Also einmal genau zu sein, weil ich immer noch Mana offen haben möchte für Plummet. Ähm, weiter. Können immer noch nicht spielen, das ist total ätzend gerade. Also das Duell hier ist echt scheiße. Aber okay, was will man machen? Er rüstet um. Das heißt, er wird angreifen. Ich aktiviere hier den Effekt einmal. Einmal gestört. Das ist cool, dass man die jetzt nicht mehr einzeln aktivieren muss. Das finde ich sehr, sehr stark. Ja, jetzt greift er natürlich nicht an. Weil er Angst hat. Warum zieht er keine Karte? Boah, Elbscher Pfeiffer. Geile Karte. Geile Karte. Machen wir jetzt drei Damage? Wir machen ihm jetzt drei Damage. Ähm, Elbscher Pfeiffer. Ich kann für ein grünes, kann ich ihn aktivieren und tappen. Das tappen bedeutet allerdings, ich kann es nicht in dem Zug machen, in dem ich es noch gespielt habe. Wer aufgepasst hat, diesen Effekt habe ich direkt aktiviert, nachdem ich ihn gespielt habe. Übrigens ein sehr hübsches Bild. Hübsches Mädchen. Ähm. Und hier den kann ich eben erst aktivieren, nachdem er schon eine Runde gelegen hat. So, er könnte jetzt hier so einen blocken. Den da. Hm. Macht er auch. Er blockt die beiden. Was ich sehr dumm finde, weil, ähm, diesen einen Damage würde ich dafür fressen, dass ich eine Karte ziehen würde. Was ich wesentlich intelligenter finde. Aber, okay. Unsere Tokens sind kaputt. Tokens landen auf dem Friedhof und verschwinden aus dem Friedhof einfach aus dem Spiel. Ähm. Das heißt, hier in unserem Friedhof, das ist der Friedhof. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber, ähm, da waren Tokens ganz kurz drin. So für so eine Millisekunde oder so. End of Turn, also am Ende seines Zuges, möchte ich gerne noch einen Token beschwören. Und dann kann er benden. Wow. Okay. Den möchte ich gerne aktivieren. Und darf damit für ein Mana eine Kreatursmannheit ins Spiel bringen. Bestätiger. Egal. So. Weiter. Zum Angriff, sage ich. Angriff. Wenn jetzt, ach ja, das Spiel ist übrigens gelaufen. Was jetzt daran liegt, dass ich diese Fähigkeit aktivieren kann. Und die stecke ich jetzt auf den Stack. Und zwar ein paar Mal. Die sind jetzt alle 7-7. Damit kann ich das instant aktivieren. Und zwar ziemlich oft. Ihr seht hier diese riesigen, diese riesigen Streifen. Das ist alles auf dem Stack. Und deswegen, äh, sage ich euch, diese Spiele können zum Teil sehr verwirrend sein. Vor allem, wenn ihr so ein paar Leute dabei habt, die dann meinen, äh, 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 klugscheiß. Äh, 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 ich weiß das alles besser, obwohl ich keine Ahnung habe. Ähm. Und dementsprechend, äh, kann das manchmal ziemlich ätzend sein. Aber okay. Hier schon wieder. Dieser Kampf ist total unnötig gewesen. Okay. Jetzt haben wir aber alles fest kennengelernt. Und deswegen würde ich sagen, sind wir jetzt im Lernprogramm. Wir haben jetzt irgendwie nur dieses Deck. Alle anderen sind zufälliges Deck. Das ist nur eins. Wir haben hier eine Menge Decks. Aber ich weiß gar nicht, ob ich die alle freigeschaltet habe schon. Also, ähm, hab ich euch jetzt... Ne, hab ich nicht. Aber das werde ich dann noch mal im ersten Part erzählen. Dass ich hier das Spiel jetzt gerade frisch neu angefangen habe. So, wir dürfen hier die Karten... Könnten die Karten jetzt reinmischen? Wow. Ne. Ähm. Wenn wir die Karten reingemischt hätten, dann hätten wir jetzt eine weniger gezogen. Das heißt, wir hätten dann nur sechs Karten gezogen. Kampf. Weiter. Ben. Jo, und dadurch, dass wir dann halt nur sechs Karten gezogen hätten, hat er keinen Vorteil haben. Der ist 2-1-2. Ja. Das ist ziemlich cool. Ich weiß jetzt nicht, was Chandra, die sich im Deck hat. Ich kenne die Decks hier überhaupt nicht. Ich werde jetzt gleich zwei Schaden nehmen, um den hier spielen zu können. Ne, 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 ne. Ich bin lieber bei ihm. Ah, das Ding hat ja Trampelschaden. Das ist cool. Nicht noch einmal zeigen. Das sind Tipps, die brauche ich echt nicht noch einmal. Einsatzen, nicht noch einmal zeigen. Ich kann die jetzt hier alle wegklicken. Und diese ganzen Tipps nicht mehr aufploppen. Auch im richtigen Spiel nicht mehr. Du greifst eh nicht an. Dankeschön. So einfach zu dich schauen. Wir können unser Deck hiermit nach einem Wald durchsuchen. Nicht noch einmal anziehen. Und mit diesem Wald können wir dann, also, es gibt eine einzige Kreatur, die man damit auch rausholen kann. Was daran liegt, dass sie sowohl Wald als auch eine Kreatur ist, was ziemlicher Betrug ist, wenn ihr mich fragt. Oh, ich bin eine Kreatur. Oh, ich bin ein Wald. Okay. Er blockt. Also, sie blockt. Wir spielen ja im Moment gegen ein Mädchen. Weil ich ein Mädchen bin. Ähm. Eine der dämlichsten Entscheidungen überhaupt. Weil die Kreatur ist saustark. Und er hat noch einmal von. Okay, es war keine dämliche Aktion. War in Ordnung. War alles in Ordnung. Und let me drop. Ja, das bringt mir auch so viel das Teil. Ich könnte ihn jetzt im Land zerstören und ihn nach hinten werfen. Aber Landzerstörung ist in diesem Spielformat hier gar nicht mal so wichtig. Aber ich kann einfach nichts spielen. Das ist echt ätzend. Wenn wir jetzt im Tutorial ein Spiel verloren. Oh. Dann Schande über mich. Und Herrgott. Ähm. Fügt drei Schadenspunkte zu. Okay. Die er aufteilen darfst. Das heißt, wir kriegen durch ihn jetzt drei Damage. Und durch ihn zwei Damage. Oh, ist das laut. Ich... Wie gesagt, es tut mir leid, wenn ich zu leise bin. Ähm. Das wird im ersten Part dann verbessert sein. Hoffe ich. Wenn ich dran denke. Ich werde dran denken. Auf jeden Fall. Keine Angst. Alter. Was soll denn die Scheiße jetzt? Hallo. Ich habe gerade eine sogenannte Mana-Flut. Einfach nur, weil ich nur Länder kriege. What the fuck? Ein 1-1-Seiter, wenn er stirbt, noch einen Schadenspunkt verteilen darf. Das ist ziemlich eklig. Aber ein schöner Goblin. Ich mag Goblins. Kampf. Jawohl. Weiter. Oh, könnte ich jetzt mal irgendeine... Alter. Irgendeine Karte ziehen, die das Spiel ein bisschen umdrehen könnte. Das wäre mal so cool. Mal so langsam geht mir der Arsch auf Grundeis. Jo, fliegende Eile. Alter. Hallo. Mit Eile kann er nochmal angreifen. Also kann er direkt angreifen. In dem Zug, in dem er sie gelegt hat. Was ziemlich fies ist, was jetzt 5 Damage von uns bedeutet. Nicht nochmal anzeigen. Würden wir jetzt irgendeine andere Farbe spielen? Zum Beispiel weiß oder rot oder schwarz. Selbst blau hätte ich weniger Angst, aber grün hat keine Massenzerstörer oder Massenremoval. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Spiel? Verarsch mich? Ich bin gerade so stinksauer. Das Spiel verarscht mich gerade auf höchstem Niveau. Wir haben jetzt übrigens verloren. Es gibt jetzt nicht eine Möglichkeit, wie ich jetzt kennen würde, die uns rein grün jetzt so retten könnte. Selbst wenn wir jetzt 9 Leben gleich kriegen würden, würde uns das genau gar nichts nutzen. Weil er einfach nächste Runde mal 10 Damage macht. Würde uns eine Runde retten, aber... Wir haben verloren. So, ein würdiger Abschluss für das Tutorial. Yay. Fuyu. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Das ist echt nicht wahr. Sowas ist absolut... Es ist halt viel... Viel, 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 viel mit Glück auch verbunden, dieses Spiel. Auch viel mit Können, aber auch einiges mit Glück. Und das zum Beispiel ist gerade absolutes Pech, was ich habe. Ich werde jetzt neu starten. Ah, okay. So. Ein Land und wir können durchstarten. Ein Land und wir können durchstarten. Wenn sie irgendwann mal ein Land nachziehen, dann ist hier vorbei für den Gegner. Es tut mir jetzt leid, dass ich das Duell echt neu starten musste, aber das ging ja mal gar nicht. Wenn wir jetzt kein Land ziehen, drehe ich durch. Weil dann verarscht mich das Spiel gerade mal wieder auf höchstem Niveau. Das ist übrigens vollkommen normal. Dieses Spiel liebt es, mich zu verarschen. Okay. Der ist sehr stark. Eigentlich. Weil er Eile verteilen kann. Und Eile ist immer recht nice. Das muss ich echt sagen. Und schon Land. Dankeschön. Das ist aber eine einzige Kreatur, die sich vier Mana hat. Wie ätzend. Ein Wolf. Naja. Der wird eh nicht lange leben. Ach, der hat flugsicher. Doch, er wird lange leben. Weil sie kann ihm jetzt nicht den Damage drücken. Aber sie hat die passende Antwort auf das, was ich vorhabe. Ist klar. Und wenn es vor einseitig möchte ich nicht locken. Nee, ist das ärzend. Ein weiteres Land. Was bist du eigentlich nochmal? Ach ja, genau. Das ist auch, finde ich, persönlich so eine Handy-Karte. Eins, was ich jetzt machen möchte, ist diese Kreatur gegen diese Kreatur fighten lassen. Weil meine Kreatur das überlebt. Und damit ist, äh, Angehörer springend. Das ist meine einzige Kreatur, Herrgott. Aber er hat nur drei. Gut. Jetzt hat er vier Mana. Fliegend. Und er kann ihn zurück auf die Hand bringen. Ätzend. Weil er jetzt fliegt. Aber fliegt er mich damit? Was soll denn die Scheiße, Alter? What the fuck? Nee, das block ich auch nicht. Ich mag meine Kreaturien und behalten. Dankeschön. Alter. Komm schon, Land. Danke. Jetzt zerstöre ich ihn einzelner Länder. Ich könnte ihm jetzt sechs Damage springen. Dann würde er mir acht machen, dann hätte ich noch sechs Leben und zu gut wie verloren. Seid er blockt. Das wäre ziemlich cool, wenn er blocken könnte. Würde. Natürlich nicht. Das habe ich dann auch erwartet. Drei Damage an uns. Vier, vier, acht. Haben wir noch drei Leben. Wenn er denn noch irgendwas hat zum Schaden schießen, sind wir tot. Wir müssten an unserer Kreatur jetzt eine mystische Proportion verpassen. Plus acht, plus acht oder sowas. Um das Ganze zu überleben. Wir haben verloren. Egal, was wir jetzt machen. Das ist... Alter, das darf nicht wahr sein. Ich will das schaffen. Das geht mir gerade so tierisch auf den Piss. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, danke. Oh, boy. Aber so seht ihr. Das kann halt alles vom Glück abhängig sein. Und dementsprechend... Äh, hallo? Ach ja, er hat ja angefangen. Ich wollte gerade schon sagen, ey. Er wird mir eh zerbörnen. Es ist laut, aber schrecklich. Aber das muss ich gleich noch gucken. Ja, fliegt eine, zwei, zwei. Genau. Das werde ich aber gleich gucken mit der Lautstärke. Ja, ja, ja. Ich mag nicht blocken. Du was, gib mir Elender. Okay. Damit könnte ich den Flieger aufhalten. Perfektomatico. Angriff. Wir müssen ja auch irgendwie ein bisschen Schaden verteilen. Hier ist drin, spiel ich dann den, dann den, dann den. Ja, das passt. Das passt alles ganz gut. Aber, Alter, das ist laut. Ich hoffe mal, bei euch ist es nicht ganz so arm mit dem Brüllen wie bei mir. Ich muss ja echt schon laut reden, damit ich das irgendwie... Oh, fuck. Wenn ich das irgendwie hinkriege, das Ding zu übertönen. Das ist ziemlich OP, das Teil. Ja, den kann ich natürlich nicht blocken. War mir aber klar. Dies war mir vollkommen klar. Erstmal ein Leben zur Kurve. Dann greifen wir mit dem 3-3er an. Denn er müsste erstmal beide dagegen werfen, um das Ding aufzuhalten. Und ich weiß nicht, ob er wirklich beide Flieger dagegen traden möchte. Doch, möchte er. Okay. Boah, es ist laut. Moment, ich muss das jetzt schon mal kurz runter... Kann ich nicht. Doch, da. Oh, ist das laut. Sound. Sprachlautsche. Da war gar keine Sprache, Alter. So. Warte, es könnte ein bisschen zu leise sein. Untertitel aus Einstellungen, Hinweise, Anzeigen aus, Tipps aus. Oder war das Ding jetzt an? Nee, so ist es aus, glaube ich. Ja. Doch, das passt. So, jetzt ist es auch angenehmer, finde ich. Das hätte ich vielleicht mit Anfang anmachen sollen. In den ersten paar Minuten. Aber das ist ja alles Tutorial hier. Das ist mir persönlich relativ egal, muss ich ehrlich sagen. Weil ich habe im Tutorial jetzt auch nicht so viel erklärt. 4 Kreaturen im Spiel, äh, 4 Schaden der Kreatur und 2 im Spieler. Das ist eklig. Und er kriegt den Phönix zurück. Das sieht schon besser aus. Abgesehen davon ist er 5 und wir haben 2 Handkarten. Das ist nicht so gut. Aber Magic heißen Handkarten nicht immer alles. Sie heißen viel, aber nicht immer alles. Wir könnten ihn gleich vernichten, glaube ich. Auf jeden Fall können wir das Teil gerade gleich vernichten. Plus, das interessiert uns relativ wenig. Nächste Reihe, okay. So, und zum Angriff. Zum Angriff. Kreaturenbändiger. What the fuck? Ja, also wie gesagt, ich habe hier noch ein... Das Spiel habe ich hier ganz neu drauf. Ich habe hier noch nicht ein einziges Deck freigeschaltet. Plus, ich habe hier noch keine einzige Errung geschafft. Im Vergleich zu meinem alten... Zu meinem alten, äh... Magic Account. Also zu meinem alten, äh, Steam Account. Okay. Okay, 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 okay. Ach ja, lass das Tutorial jetzt bitte gleich vorbei sein. Bitte, bitte, bitte. Einfach nochmal, die Karte ungut ist. Oder plus 3, plus 3. Ach schon. Land. Wir könnten jetzt angreifen und hoffen, dass er nicht noch ein 5-4er spielt. Aber ich überspringe den Angriff und hoffe, dass er angreift. Ein bisschen mit der KI spielen, muss ja auch sein. Das wird ein extremst langes Tutorial-Video. What the fuck. Ja, 4 Damage da drauf. 2 an uns. Aber er beendet. Er greift noch nicht mal an. Yay, die Spinne ist klasse. Und sie könnte den Sieg bringen. Sag ich also hier mit Angriff. Ja, dachte ich mir. Und? Ah ja, ja. Ja. Er hat noch 3 Lebenspunkte. Okay. Damit könnt ihr unsere Spinne töten. Wenn ihr den aktiviert. Ja, tut er auch. Ah, sag bitte nicht, dass ich da jetzt einen Fehler gemacht habe. Dann kriege ich, glaube ich, gleich das Kotzen. Ja, mach Hähne. Danke. Ich mag das Tutorial langsam abschließen, weil das Video wird schon extremst lang sein. Ah, jetzt kommt bloß da, bloß da ein Trampelschorn. Irgendwas in diese Richtung. Ja, komm schon. Ist mir egal. Mach du mal. Ja, ja. Lass. Komm schon. Irgendwas plus Trampelschorn. Fighten. Nee. Bringt mir nichts. Gott, 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 Gott. Bringt mir echt nichts. Ist das ätzend. 5, 4. Ernsthaft. Und noch eine Kreatur. Alter. Ja, 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 mach du mal Mühe, finder Mensch. Oder jetzt eine Raging Rewine. Raging Rewine. Oder irgendeine Karte. Jawohl, Garokshorde. Oh, Gott sei Dank. Yay, in Land. Boah. Ich mag dieses scheiß Tutorial jetzt endlich abschließen. Da bist du auch für Chandra, oder? Wie gesagt, dafür, dass ich gewählt habe. Ich habe dieses Spiel ja angeblich noch nie gespielt. Ist das echt übel, was die hier auffahren im Tutorial. Das ist krass. Ich kann jetzt oben vor meinem Deck Kreaturen spielen, was auch sehr geil ist. So, warte mal. Diese Kreatur... Nee. Diese Kreatur... Fightet diese Kreatur. Geht die zwar drauf, ist mir aber egal. Damit geht der nämlich drauf. Und jetzt kann ich hier ein All-In machen. Okay. Jawohl, der Kampf wird angenehmer gestaltet. Wow. Und jetzt dürfte es endlich vorbei sein. Endlich. Leute, das Tutorial ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn ich hier am Ende gerade schon wieder ein bisschen gegen das Spiel geraget habe. Und das Spiel mich schon wieder hasst. Und ja. Dementsprechend würde ich dann sagen, hoffe ich, wir sehen uns beim ersten Part wieder. Wenn ihr diesen Part überhaupt geguckt habt. Wovon ich nicht ausgehe. Zum Großteil. Weil es ist ein saulanger Part. Hier wird keiner mehr sein. Weiter. Und eine Karte freigeschaltet. Jawohl. Titel freigeschaltet. Kreaturenbändiger. Neue Errungenschaft. Oder ein Titel. Gunstgewert. Spieler... Äh... Spielerstatusbildschirm. Spielfeldbetrag. Kampagne. Jawohl. Hashtag MTGM14. Ja. Im Chandra Stack hier. Bla. Kennt man. Jo. Ähm. Tutorial fertig. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blackzade. Ciao, ciao.